Und sonst, wenn es über Skype in schlechtere Qualität kommt, du es kurz auf YouTube aufladen und dann, also ungelissen, dann schickst du mir den linken, dann kann ich es mir vor YouTube abgeben. Okay. Na, die Look ist fein, du greifst mal kurz. Ja, mach so insgesamt 30, 20 Kills, das wäre ganz cool. Ja. Ich könnte mal eigentlich Livestreamer dir führen. Ja, ruhig, das Stream, geil, die Idee, oder? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alter, wie gewöhnt, bist du das mit mir? Alter, bist du noch im TS, höre? Bist du noch im TS? Aha. Bist du noch im TS? 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 Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.